Hallo und herzlich willkommen zum Basic Video aus diesem Videozyklus zum Thema Geodreieck und Zirkel. Nachdem wir das letzte Mal das Geodreieck bereits genau in die Lupe genommen haben, werden wir euch heute zeigen, wie man den Zirkel richtig benutzt und welche spannenden Dinge man damit machen kann. Mein Name ist Marlena. Und mein Name ist Paul. Wir lernen auch heute wieder gemeinsam mit dir. Aber bevor wir loslegen, lasst uns kurz erklären, was ein Zirkel eigentlich ist. Ein Zirkel ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Kreise zu zeichnen. Genau. Und es gibt verschiedene Teile an deinem Zirkel. Pausiere hier kurz und hole dir deinen eigenen Zirkel, damit wir es gemeinsam herausfinden. Der Zirkel in deiner Hand und der Zirkel hier im Bild bestehen aus ein paar wichtigen Teilen, die du kennen solltest. Beginnen wir mit dem Griff. Das ist der Teil, den du festhältst, wenn du den Zirkel benutzt. Versuche selbst kurz, deinen Zirkel nur im Griff zu halten. Na, geschafft? Dann lass uns weiterschauen. Von diesem Griff aus gehen zwei Schenkel mit jeweils zwei unterschiedlichen Enden. Das eine Ende hat eine Bleistiftmine, mit dem wir auf das Papier zeichnen können. Das andere Ende hat eine Einstechspitze. Sei vorsichtig mit der Einstechspitze, da sie sehr spitz ist und man sich mit ihr leicht verletzen kann. Wenn du den Abstand zwischen der Bleistiftmine und der Einstechspitze verändern möchtest, dann benutzt du das Verstellrad, das du unter dem Griff findest. Das sind also die Teile eines Zirkels. Der Griff, die beiden Schenkel mit Einstechspitze und Bleistiftmine und das Verstellrad. Jetzt, da wir wissen, wie ein Zirkel aussieht, lass uns sehen, wie man ihn benutzt. Dazu hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich. Nimm dir Papier, lege das Papier auf einen festen Untergrund, wie zum Beispiel einen Tisch und lege ruhig ein paar weitere Blätter Papier unter, damit du den Tisch nicht kaputt machst. Halte den Zirkel am Griff fest und stelle sicher, dass der Stift des Zirkels auf das Papier zeigt. Drehe das Verstellrad des Zirkels, um den Abstand zwischen der Bleistiftmine und den Mittelpunkt des Kreises einzustellen. Je weiter du das Rad aufträgst, desto größer wird dein Kreis. Bestimme den Punkt auf dem Papier, an dem du deinen Mittelpunkt haben möchtest. Platziere die Einstechspitze des Zirkels genau auf diesem Punkt. Drücke die Einstechspitze leicht auf das Papier, um sicherzustellen, dass der Zirkel nicht verrutscht. Halte den Zirkel mit einer Hand am Griff und drehe ihn um den Mittelpunkt herum. Kippe den Zirkel leicht und bewege ihn gleichmäßig um den Mittelpunkt herum. Bis du einen vollständigen Kreis gezeichnet hast. Du kannst das Papier gerne mit einer anderen Hand halten, um sicherzugehen, dass das Blatt nicht verrutscht. Hebe den Zirkel vorsichtig vom Papier ab, um deinen Kreis zu betrachten. Bewundere deinen perfekten Kreis und sei stolz auf deine Zeichenfähigkeiten. Wenn du einen Kreis mit einem bestimmten Radius, zum Beispiel 3 cm, zeichnen möchtest, kannst du das ganz einfach tun. Zur Erinnerung, der Radius ist der Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Kreises und der Kreislinie. Du brauchst hier ein Geodreieck. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Zuerst schnapp dir dein Geodreieck und konstruiere eine Strecke, die 3 cm lang ist. Nun schnapp dir deinen Zirkel, platziere die Einsteckspitze am Startpunkt deiner Gerade und drehe das Verstellrad, bis die Bleistiftmine am Ende deiner Strecke ist. Hebe deinen Zirkel vorsichtig hoch und achte darauf, dass die eingestellte Länge im Zirkel nicht verändert wird. Nun zeichne deinen gewünschten Mittelpunkt und platziere die Einsteckspitze des Zirkels auf dem Papier, eben dort, wo du starten möchtest. Jetzt kannst du den Kreis zeichnen. Halte den Zirkel am Griff fest und drehe ihn langsam um den Anfangspunkt herum. Schon hast du einen Kreis mit dem Radius 3 cm. Und das ist die wundervolle Welt des Zirkels. Mit diesem einfachen Werkzeug könnt ihr so viele interessante Dinge entdecken und schöne Kreise zeichnen. Also lass deiner Kreativität freien Lauf und experimentiere mit verschiedenen Größen und Formen. Wer weiß, welche fantastischen Kunstwerke du erschaffen wirst. Je öfter du mit dem Zirkel arbeitest, desto besser wirst du darin. Gemeinsam werden wir im nächsten Video üben, mit Geodreieck und Zirkel zu arbeiten. Bleib also dran! Wir sehen uns im nächsten Video.